Wir werden uns von Philipp verabschieden müssen, Jörn Schlöhnfeucht schockt GZSZ-Fans Erst gestern schockierte die Nachricht vom Abschied von Linda Mahlen-Runge, 32, die Zuschauer der Dalsap Gute Zeiten, schlechte Zeiten GZSZ. Doch nun meldet sich auch Jörn Schlöhnfeucht, 31, auf dem GZSZ-Instagram-Akku und zu Wort und sorgt für enttäuschte Fans. Denn nach einem heftigen Sturz leidet Dr. Philipp Höfer, den Jörn in der Serie spielt, an Amnesie und die Befürchtung ist groß, dass er sich davon nicht mehr erholen wird. Es könnte durchaus für immer sein, dass Philipp für immer gelöscht ist, erklärt der Schauspieler in einem kurzen Video. Aber es besteht auch die Möglichkeit momentan, dass er sein Gedächtnis wieder bekommt. Wann das sein wird, verrät Jörn jedoch noch nicht, nur so viel, allerdings sprechen wir hier über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Für die Fans der Serie ein großer Schock. Bitte nicht!